Das war ja schon krass, oder Alex? Ist da hängen geblieben? Ja gut, die haben aber auch lange für gebraucht, ne? Ja gut, die haben aber auch lange für gebraucht, ne? Ja gut für dich, nice! Hätte ja was sein können, ne? Genau die Falschrichtung gelaufen, ne? Wie immer. Auf, auf, auf! Marius, herzlich willkommen, schönen guten Abend! Wie geht's dir? Ja! Sollten wir nicht unterfallen. Ah, hier ist das Flänzin kaputt. Hier ist das Flänzin kaputt. Hier ist das Flänz. Hier ist das Flänzin kaputt. Hier ist das Flänzin kaputt. Boah! Ich drücke jetzt mal, ne? Bisschen viel um die Ohren. Mir geht's aber auch gut. Alles gut soweit. Oha! Oha! Ich brauche ne Schlüsselaufwertung. Will ich das? Will ich das? Muss glaube ich, ne? Ach, um das Rad da unten zu drehen. Okay. Ja, unseren Kotzer haben wir auch wieder freigelegt. Sehr gut. Okay, geht von alleine. Sehr schön. Ein bisschen durch den Dreck fressen. Ach, die Atmosphäre ist genial, ne? Erst hier gucken. Okay, wir können nichts anderes machen. Ups. Hat die Escape-Test gedrückt. Uff. Nice. Da ist der Schlüsselding. Heißt aber auch, wir werden auf Gegner treffen. Okay. Das hat sich dann auch schon... ...erübrigt. Schlüssel Nummer drei. Oh... 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 Muni. Wie viel haben wir denn noch? Walche Waffe. Oh, das kommt sehr gut. Oh... 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 Danke. Ich war mir nicht sicher, weil der erste Schuss so weit weg war. Nee, pass mal auf, wo du hinwirfst, ja? Warte, jetzt bestimmen wir noch ein paar Gegner. Kannst du ruhig wieder zugehen? Ich will die ganze Scheiße da nicht mehr sehen. Oh, geht nicht, okay. Oh, krass, wir kriegen... Was machen wir denn da? Oh, okay. Okay. Das ist vielleicht schon so dicker rum. Das hört sich halt wie so ein Arm an. Äh, ja, da ist auch einer, okay. Ja, 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 ich geh, ich geh, ich geh. Mann, 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 Mann. Ach, du Scheißvieh. Jetzt sieht meine Energie nicht mehr so gut aus. Weg. Ey, man hört die ganze Zeit was fläuchen und krabbeln, ey. Das ist voll eklig. Wann nicht, dass sie mir in den Rücken fallen? Upsa. Krabbelte was Großes. Wann, Mann, 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 Mann. Schade. Ich hab gedacht, ich könnte den letzten Schuss noch setzen. Wann, Mann, 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 Mann. Und noch einmal. Ich konnte dich nicht ahnen, dass so ein Dicker da um die Ecke kommt, ne, Xai? Okay. So. Aber ich will jetzt nochmal sagen... Gucken wir uns erstmal den Weg an. Ein bisschen Muni haben wir ja noch. Was hat hier? Hier braucht jemand Shisha. In etwa. Ich glaube, es ist derselbe Weg, nur von innen, ne? Ja, krabbel mal. Anscheinend. Jetzt, wo gab's die Muni? Gab's die vorher? Das war der Arm, ne? Ja. Nö, nö. Geh doch mal von innen durch. Geh doch mal von innen. Ja. 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 Ja.